Moin, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Statusbericht Video. Ich habe ja jetzt ein paar Tage nicht mehr Let's Play Parts aufgenommen von der Rechnung, weil ich ja sehr hart am trainieren bin. Also Level 57 haben wir erreicht. Es ist halt wirklich eintönig jetzt noch zu leveln. Die ganze Zeit bestialische Säbelzahntiger zu besiegen. Übrigens an einer Location, wo nicht viele Farmen oder eigentlich gar keine. Das ist hier einfach im Westen, weil sonst tun immer hier alle Farmen und da sind vier oder fünf gleichziegenden Farmen. Da möchte ich jetzt momentan nicht farmen. Hier geht es auch gut. Die sind auch dicht aneinander, diese bestialischen. Hat einfach nur noch bessige Säbelzahntiger in der Nähe. Das mache ich schon die ganze Zeit. Also mehrere Stunden pro Tag bin ich hier am Leveln. Da jetzt gerade keine EXP Event ist und ich keine EXP Boost einsetzen kann mehr, muss ich halt jetzt ein bisschen warten. Und ja, eigentlich kann ich jetzt aufladen wieder. Ich habe wieder Geld auf der Kreditkarte. Jetzt kann ich eigentlich wieder EXP Boost verwenden. Und ja, ich wollte jetzt einfach noch kurz zuerst mal ein Statusbericht Video machen. Geht wahrscheinlich irgendwie so fünf Minuten. Ja, werden wir ungefähr hinkriegen. Und ja, also es ist momentan so, dass nicht viele Alsen unterwegs sind und deshalb kann ich keine Warzone zeigen. Es dauert einfach viel zu lange. Ich bin ja dran, einfach wieder schneiden zu können. Es ist ein bisschen zu komplizierter mit einem neuen Schneideprogramm. Und danach, ja, werde ich vielleicht auch geschnittene Videos machen, aber ich muss zuerst einen Charakter haben, der wirklich auch, wo es so ein machen kann, ohne dass ich irgendwie fünf Stunden dran schneiden muss. Also ja, spielen muss und dann noch zusammenschneiden in halbe, eine halbe Stunde oder fünfzig Minuten. Das ist ja, viel zu viel Aufwand. Weil ich bin täglich immer wieder mega beschäftigt. Ich kann kaum schlafen und deshalb kann ich auch keine Livestreams momentan machen. Ich bin einfach viel zu müde ständig. Und deshalb einfach, ja, weil es momentan gesundheitlich nicht so gut geht, eben nicht so viel Content außer Videos. Tut mir leid. Und das ist auch momentan Tanken-Quest gekommen, im neuen Addon. Und ja, ich habe jetzt noch einmal das neues Projekt, wo ich unbedingt spielen muss. Last Epoch ist doch wichtig, auch wegen dem Patch. Pass of Exile ist wichtig, wegen der Liga. Ich habe irgendwie viel zu viel zu tun. Ich würde gerne mehr Regnum bringen. Aber Regnum bietet mir den Content nicht. Und ja, es ist einfach die ganze Zeit gefahren. Und das wollt ihr wahrscheinlich auch nicht schauen. Wie ich ständig hier farme. Also ich kann momentan wirklich nichts anderes machen, als hier zu farmen. Das ist wirklich langweilig. Und deshalb tut es mir einfach leid, dass ich nur Status-Richte bringe, bis ich dann Level 60 bin und eventuell ein paar bessere Items habe, damit in der Worldzone auch etwas passiert bei mir. Und sonst dürft ihr gerne mitspielen, mir helfen. Ich kann euch helfen. Wir können zusammen irgendwie Spaß haben. Aber bitte macht mit, weil ich bin schon ein bisschen alleine. Also die Gelde Nightmare macht eigentlich auch kaum was. Die finden es auch irgendwie doof, dass die Eisen so unterbesetzt sind. Denn es liegt einfach am Eis, dass wirklich nicht gerade viel in der Worldzone passieren kann für Neulinge, die zu schwach sind. Man kann einfach nichts machen. Also, tut mir leid, dass ich einfach weniger Videos momentan bringe von Regnum. Es wird natürlich immer wieder kommen. Ich liebe das Spiel auch so. Es ist nicht langweilig oder so. Es ist einfach nicht viel los. Also, ich kann nichts anderes machen als langweilig leveln. Das mich aber so motiviert, weil ich eben stark sein will. Und ich hole mir jetzt dann bald noch ein Eisbewusster. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier auch schon bestellen kann. Auf der Webseite. Ähm, keine Ahnung mehr. Alcamega war ja damals noch. Genau, sehen wir ihn kaufen. Genau, also das kann ich direkt kaufen. Kaufen. Dann passiert was. Geht nichts auf. Also, es passiert nicht, wenn man da draufklickt. Ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich dann irgendwie über Steam oder die Webseite kaufen müssen. Aber es passiert bei mir nichts. Es geht nichts auf. Und ich würde schon gerne das teuerste kaufen, natürlich. Ja. Also. Ja, sonst gibt es nicht viel mehr zu sagen. Ich werde den XP-Booster verwenden. Vielleicht auch im Livestream. Ja, der Untritt hat noch Hallo gesagt. Okay. Ja. Ich hätte auch gerne eine deutsche Gehde. Aber die Deutschen laden gar niemand ein. Also, wenn man fragt, das antwortet nie jemand. Und ich möchte einfach die Gehde noch ein bisschen lassen, bis ich eine neue habe. Aber, ja. Es ist eben, die Leute sind inaktiv. Wie, 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 wie? Werde ich noch angegriffen? Ah, das ist... Okay. Das ist irgendwie... Ja, der andere, der Beschwörung hat ein anderes Ding noch angegriffen. Ich dachte, es wäre ein Jäger mit einer Raubkotze gewesen. Aber nein. Gut. Oh. Weil mich hat erst letztens einer angegriffen. Den habe ich aber selber getötet. Er hat mich nicht töten können. Einer von Syrtis mit so einer Katze. Ein Jäger. Und scheinbar war das noch ein Neuling oder so, der hätte eigentlich wissen müssen, dass ein Beschwör schon recht stark sein kann. Die Beschwörungen machen null Schaden gegen Spieler. Benutzt eure Stunts und so. Ich habe dafür die Stäbe. Nur für andere Spieler habe ich die Stabskillung genommen. Damit ich natürlich viel Schaden mache an andere Spieler. Jo. Und, ja. Gut. Also, dann mache ich mal... Ja, fertig. Jetzt habe ich schon 6 Minuten 34. Gut. Ja. Ein längeres Video. Bisschen kürzes Video, aber längere. Ja, und ich habe noch Post. Okay, gehe ich mal noch Post schauen. Ja. Gut. Dann sehen wir uns die Tage. Tschüss.